Ah, sieht schon wirklich geil aus. Die Zwischensequenzen sind hammer. Und das jetzt auch zum Beispiel in-game. Das sieht auch nice aus. Sergeant Griggs. Immer. Nenn mich Alex. Keine Einheimischen. Kommt nicht mich an. Bist du Karim? Immer. Gute Arbeit mit den Russen. Wir teilen Freunde und Feinde. Viel Glück. Schlaf. Gehen wir los, Alex. Demon Dogs. Bringen wir die Kacke zum Dampfen. Hier gibt es wirklich jede Menge Ziele. Auf die Fenster achten. Die Guten sind hier kaum von den Bösen zu unterscheiden, verfickter Scheiße. G7 in 1, 2. Viper Dreife. Viper? Wo sind sie? Viper rückt nach Nord. Kontrollpunkt Omar vor 1. Oh! 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 Ich habe auf die Fenster geachtet. Ich habe da nur reingeschossen. Das ist ein Reflex. ario- sowas. Holy Shit! bestarlobe Rauch-werfen und flankieren. Robben, auf der Erhöhung. Brauch-werfen und flankieren! Bewege etwas ab. Keine Regis, Herrstand! Xiaobo-owerfen und empfehlen. Blankeren und backlangen! Brauch-werfen und flankieren. Schlaf natte. Bewege etwas ab. Versteht dich! Feindliche Fahrzeuge, komm her! Geh auf, Schuhe! 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 Alter! Da ist keiner von uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2018 weiter zum zweiten schnapp verstanden an alle teams stoßen sie zum konvoi wir werden von truppen am südeingang des krankenhauses beschossen er wird sofort zur drückung die 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 Wuh! weg 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 Was ein Kampf, polisch, das ist eine Invasion. Jungs, ich brauche Munition. Ich brauche mit so einer kleinen Kaktung. Okay, sauber, Jungs. Oh, shit. Warte, Jungs. Mach ich besser Waffe für mich? AK. Oh, Gott. Komm, ich brauche. Ich brauche nicht mehr. Dann geht's los. keine munition ich habe keine munition mehr was soll ich machen sich messern oder was ok der storm es ist ja mal richtig crazy solltest du auf jeden fall machen danke für die nächtung auch mal ein paar herzen raus danke dir oh nein in seinem kriegsgebiet die war Die Waffe ist halt so scheißen. Ich könnte die Waffe da gebrauchen. Bewege! Verstanden! Ich sehe einen Nordwesten! So munitionstechnisch zu sagen ist jetzt irgendwie... Ich sehe einen Nordwesten! Vorwärts! Jetzt! So hat jemand Munition? Ich nehme halt keine mal. Kann ich die ganze Zeit mit so schlechten Waffen hier spielen? Ich bin in 30 Meter Entfernung! Ich bin in 30 Meter Entfernung! Verlade! Verlade! Weiß in der Tür! Geht mit Deckung! Sie sind aktiv! 20 Meter Entfernung! Der geht nicht mit mir! Finde ich auch cool! Danke dafür! Alle Stationen! Die Demons gehen einen Stock rauf! Gern." Eine Spur vom Wolf. Wir versuchen uns von etwas fernzuhalten. Das steht verdammt fest. Das ist eine verschissene Leuchnhalle. Könnte ein Hinterhalt sein. Irgendein Zombieschiss? Überprüft sie. Das war Halle. Oh. Keine verschissene Bewegung. Verdammt. Setz dich verdammt nochmal hin. Der hier sieht aus wie ein Kämpfer. Ich wette, der steht gleich auf. Oh mein Gott. Erzähl mir nicht, die drehen sich gleich um und schießen auf uns. Scheiße. So Situationen sind mies. Und dann willst du auch niemanden killen. Muss aber alle killen eigentlich, weil... Oh mein Gott. Das sind locker Soldaten hier. Die tun so, dass wir nicht verletzt sind. Sicher. Eins, zwei an Demon 3. Bitte kommen. Demon 3 antwortet nicht, Sergeant. Scheiße. Finden Sie sie. Ich hab hier noch Rauchgranaten, Echo. Okay, nice. Danke da. Zur Kinderklinik vor. Oh Gott. Das sagt man nicht, da sind noch Killis. Das, was ich jetzt nicht. Ich hab dazu angefangen. Lass uns raus, Regina. In Deckung! In Deckung! In Deckung! Ausdrücken! Der Fixer hat nichts Penack von vor succémen. Ausrücken! Ausrücken! In Deckung gehen und Vorrücken! Aktivität! Feindliches Entgehlender! Feindliches Entgehlender! Feindliches Entgehlender! Feindliche Entgehlender! Feindliche Entgehlender! Auf der Zieh! Granate! Verwägung! Brauche Deckung! Finally! Feindliches Entgehlender! Das ist ein fucking Filchsgebiet hier! Feindliche Entgehlender! Feindliches Entgehlender! Feindliche Entgehlende! Feindliche Entgehlender! Oh, no! ich habe keine munition das wäre super als wenn ich die hätte vor allem wie makaber so kummer kinderklinik und so und diese verschanzen die sich voll crazy und so und so und so und so und so und so